Feldlager Uptedün, das Hauptquartier der Informations- und Lehrübungen der Streitkräftebasis 2012. Mehr als 800 Soldatinnen und Soldaten nehmen an der Übung teil. Feldjäger, Logistiker und Führungsunterstützer präsentieren ihr umfangreiches Leistungsspektrum. Die Szenarien sind äußerst realitätsnah. Feldjäger im Einsatz, ein Konvoi unter Beschuss und die logistische Basis im Einsatzgebiet. Das sind drei Lagedarstellungen der ILÜ-SKB 2012. Das Zusammenwirken unterschiedlicher Einheiten wird bis zur Perfektion geübt, rund zwei Monate lang. Die Streitkräftebasis der Bundeswehr meistert alle Herausforderungen dank eingespielter Teams. Wir berichten von der ILÜ-SKB 2012 im Mecklenburg-Vorpommerischen Lübthen und zeigen die neueste Technik, die auf der Messe im Feldlager präsentiert wird. Sie sehen Spezialkräfte in Einsatzübungen und erfahren, wie zum Abschluss der Übung ein perfektes Schlussbild aller eingesetzten Einheiten mit ihren Fahrzeugen inszeniert wird. Wir zeigen das Leben im Feldlager, die Verpflegung und Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten sowie die Freizeitgestaltung in den Zelten während der Dienstunterbrechungen.